Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorie-Vorschlag ist von The Limit Breaker. Was wäre, wenn es kein Yamshu geben würde? Bei der Theorie holt der liebe KitKat Tag und Nacht, aber keine so interessiert. Das Muhahahahaha. Hier ist die Antwort eigentlich klar. Es würde null Unterschied machen. XD Aber nee, ernsthaft. Es würde groß bis gar keinen Unterschied machen. Es würde ja reichen, wenn sie Pool treffen würden und das wäre es eigentlich schon im Großen und Ganzen irgendwie. Es hätte nicht wirklich einen Unterschied gemacht, da Yamshu von Anfang bis Ende nur kassiert hat. Und er einfach die komplette Lachnummer von ganz Dwayne Ball ist. Bis auf gegen Rikum hat er ja gewonnen, doch da ist ja wohl klar, dass die Kraftverhältnisse dort mit am schlimmsten ganz Dwayne Ball Set waren. Und da fand ich die Kraftverhältnisse sogar noch schlimmer als mit Gotenks Super Saiyajin 3. Das heißt ja wohl einiges. Aber gehen wir zum Anfang von Dwayne Ball Classic zurück. Ohne Yamshu hätten sie natürlich auch nie Pool getroffen. Und er war derjenige, der sich in eine Schere verwandelt hatte, um Son Goku den Saiyajin-Schwanz abzuschneiden. Naja, obwohl Olong hätte sich genauso verwandeln können, wodurch Pulsaktion wieder hinfällig wäre. Da es Yamshu nicht gäbe, hätte man möglicherweise einen anderen an seiner Stelle eingefügt. Einen, der so etwas wie nützlich erscheinen würde, vielleicht zum Beispiel ein Carpador. Ich meine, Carpador ist das Gott-Pokemon, es macht Platsch und Arceus fällt um. Es würde ja schon reichen, wenn er etwas nützlich wäre und schon wäre er eine bessere Wahl als Yamshu. Yamshu ist halt wortwörtlich, wie schon gesagt, das Opfer im ganz Dwayne Ball. Dabei ist Krillin eigentlich öfter gestorben als er. Es gab nie eine Stelle, wo er wirklich hilfreich war, außer vielleicht gegen den unsichtbaren Typen in Dwayne Ball Classic, aber sonst eigentlich nicht. Oder was ist eure Meinung zu Yamshu? Bis auf Kit Kats Meinung, da er ja so oder so Yamshu vergöttert. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorien-Vorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!